Geht es Ihnen gut? Keiner kannte mich dort als Polizist. Polizei! Ein Bulle wohnt hier bei uns? Haben Sie das Opfer vorher schon mal gesehen? Nein. Eine Bombe! Geh zurück! Mehr aus! Ballander, suchen Sie psychologischen Rat. Wäre ich nur da gewesen, ich pack das einfach nicht. Ich will ihn dabei haben. Er wohnt hier, hat Verbindungen hier. Es ist Zeit, sich zu fragen, wie sehr Sie ein Detektiv sein wollen. Ich denke, ich hab da was. Hugos Mord wurde sorgfältig choreografiert. Alles war geplant, um den Konflikt mit den Immigranten eskalieren zu lassen. Mutig, von dir zurückzukommen. Das kam nicht von hier. Hilf mir, den Täter zu schnappen. Lundgrens Granate lässt einen Fall, an dem unser Geheimdienst seit Monaten dran ist, in einem anderen Licht erscheinen. Seit Jahren schmuggelt er Waffen ein. Sich mit den Munks einzulegen, würde das Ende ihrer Karriere bedeuten. Wissen Sie etwas über ihn? So viel Reichtum und Einfluss können ihm zu Kopf steigen. Was verheimlichen Sie? Der Herr möchte sich jetzt verabschieden. Fälle wie diese werden Sie an den Rand der Verzweiflung bringen. Schwierige Entscheidungen gehören nun mal zum Job. Warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Ich wollte dich beschützen. Ich schwöre, ich finde den Mann, der dafür verantwortlich ist und er kriegt seine Strafe. So ist dieser Job nun mal.